So, willkommen zurück zu Dark Souls, einem Spiel in dem ich nur sterbe und wird hier nur lacht. Jetzt habe ich einen neuen Ohrburm. Perfriscus ist, ja ich auch, Perfriscus ist abgesagt. Ist abgesagt. Wir brauchen ein anderes Spiel über das wir reden können. And I cry sometimes when I lie in bed. Hoping joy in the garden before I'm dead. And I feel like making more pasta. Wirklich, neues Spiel. Hast du eigentlich jemals verstanden, was Sans dazwischen redet? Äh, nicht alles. Irgendwas mit Geist, aber ich weiß nicht was. In den Verlagestellen? Ja. Hallo, wie campst du die? Sie haben 200 Seelen. Warum mache ich das schon wieder? Nein, ich sehe nicht. Wenn du nichts zu lernst. Das ist korrekt. Äh, welches neue Thema? Äh, ein neues Spiel als Thema, über das wir reden können. Eben hatten wir ja Undertale und irgendwelche Songs darüber. Da können wir ja jetzt über ein anderes Spiel reden, was auch die Songs hat. Banjo Kazooie. Äh, ich wollte grad Minecraft sagen, aber ist okay. Banjo Kazooie hat tolle Soundtracks. Ne, nicht die Soundtracks. Die Fansongs. Oh mein Gott, ich muss googeln. Oh Banjo Kazooie Fansongs hat. Oh mein Gott, gib mir einen Moment. Da du da leider jetzt nicht drin bist, kennst du ein anderes Spiel, was gut ist. Fansongs hat, also Fansongs. Oh mein Gott, Spiral Mountain with Lyrics. Von Brantle Floss. Oh mein Gott, Zombie. Was? Von Brantle Floss. Banjo Kazooie Grundhilda Battle with Lyrics. Von Brantle Floss. Wer? Der hat ganz viele Lieder mit Lyrics quasi gemacht. Also Soundtracks. Ne, von Juno Songs und Man on the Internet. Den kenn ich irgendwo ja. Ich hab dir einen anderen Song gemacht. Das kann sein. Yo. Ich muss mir noch einen Song anhören. Ja, aber nicht jetzt. Nein, jetzt. Neue Ohrwurm. Das geht Schlag auf Schlag, sag ich dir. Schlag auf Schlag. Was machst du da? Oh. Das sollte eh glücklich sein, dass es so vieles gibt. Wenn du im ganzen Wald drinst und alle aufwächst. Wusste ich, dass ich so ein... sanften Schlaf haben? Ja. Na gut, das wusste ich aber. Die Fässer gewartet. Ja, das ist wahr. Eigentlich war mein Plan, ich locke sie alle hier hin und laufe dann wieder zurück und schlichte. Also, ich kann dich beruhigen, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Das ist so. Ich geh diesen Weg so, dass ich keine Ahnung hab, wo du bist. So wirklich, ich hab so eine halbe Ahnung, aber... Dieses Gebiet ist mir das... Oh Gott. Warte, guck nach oben. Oh, jetzt weiß ich, wo du bist. Oh. Was? Du kommst... Yo. Oh shit. Den hat er unterschätzt. Oh Gott. Oh. Nein! Tschüss. Oh hey, guck. Du musst durch die Welt gucken. Ja. Er ist mitgekommen. Ja. Kriegst du Seelen noch? Das wär schön. Oh, guck mal, 400 Seelen. Ähm. Und du hast gesehen, wo du bist? Ähm. Auf der anderen Seite von dieser komischen Tür? Ja, das ist die Account. Da brauch ich ja jetzt eigentlich nur einmal andersrum zurückzulaufen und dann bin ich bei der komischen Tür und dann krieg ich sie nicht auf. Äh, richtig. Außer du holst dir noch ein paar mehr Seelen. Hier sind noch ein paar mehr... Ja, du musst dir doch noch das Schloss, äh, äh, den Schlüssel für die Tür kaufen. Ach so. Ja, dann muss ich erst mal zurücklaufend die Seelen bekommen. Richtig. Da kann ich auch... Weißt du denn noch wie teuer das Symbol da war? Nein. Willst du's wissen? Ja, sag's mir mal. 20.000 Seelen. Oh. Das werd ich nicht kaufen. Warum nicht? Das kostet 20.000 Seelen. Ja, aber wie wirst du sonst durch die Tür kommen? Warte mal, du kannst auch diesen Weg 50.000 Meul gehen. Bei wem gab's das? Einen guten alten Kumpel. Beim Schmied? Ja, André. Beim Schmied. Beim Schmied. Gut, der André. Das ich das nicht mehr weiß, das ist klar. Das war im zweiten Part oder so. Das war nicht im zweiten Part. Das war voll egal. Wir sind grad im 30. oder 31. Part. Du bist nicht innerhalb von... Du bist nicht innerhalb von... Wir waren innerhalb von zwei Parts nicht mit dem Feuerbahnstein raus. Du warst innerhalb von zwei Parts nicht mit dem Feuerbahnstein raus. Nein. Ich hab das zehn Minuten gegoogelt, weil ich rausgefunden hab. Ich hab rausgefunden, hab den falschen Weg genommen. Das war sehr verwirrt, das Kind. Ich war nicht mal wirklich ein Kind. So, machen wir das Ganze jetzt nochmal genauso, oder? Okay, jetzt hab ich wirklich keine Ahnung, wo's in die andere Richtung geht. Über die Brücke. Ich hab absolut keine Ahnung, was da ist. Ja, da ist auch. Ja, da ist auch. Immer rechts von dir. Das ist wahr. Ich glaube, du gibst mich direkt, der oben ist wieder da. Und da, ich singe... Ich singe... Ich singe... Ich singe... Ich singe... What's spawning... What's spawning... On... Oh, gekappt. Oh, why are you so angry looking, Mr... Mr. Flower? Because I was put in the songs by a bunch of idiots! Oh, das ist so gut. Ähm, wo war jetzt die komischen Ritter und... Kriegst du schon irgendwann mit? Ah, da vorne. Seel. 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 Si. Da ist er. Hallo. Er ist schlauer als er wartet. Der ist wie schlau, aber der mag ja. Und... Hast du es gesehen? Geblockt. Warum tut er das? Blocken ist das für feigling oder nicht? Ja, der ist ein Magier, was erwartest du? So ein fucking Feigling ist. Was für ein Vollidio, wieso kommt der näher? Ja, der hätte mir einfach schießen müssen. Der ist ein Magier. 2000 Seelen oben. Fast als wäre es geplant, hier kurz ein paar Seelen zu fahren, damit man hier dann durch kann. Eigentlich ist es geplant, von der Seite da rein zu gehen. Neben der Tür ist nämlich ein Bonfire, den du dich erinnerst. Richtig. Ja. Und ich kann die Tür von der Seite hier nicht ansprechen. Das wollte ich fragen. Geht das? Interessant. Geht nicht. Das wäre so angenehm, wenn das gehen würde. Du kannst die nicht öffnen. Ja, aber dann bräuchte ich nicht den langen Weg außenrum, sondern man könnte einfach... Ähm. Dir ist klar, dass André um die Ecke ist? Ja. Die ist nicht weit weg. Ja. Weiß ich. Ob du zur Tür gehst oder wieder außenrum die Leitdurch, spielt absolut keine Rolle. Stellst du es, glaube ich, zu weit vor? Kann das sein? Kann sein. Guck mal, das ist ein Ninja. Da ist ein Typ mit einer Streitkeule. Leute, es ist zwei gegen einen. Und der Heilung. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ja, geblockt. Oh wow. Das ist ein Parry-Shield. Oh wow. Ja, geblockt. Oh wow. Was? Komm unterhalb vom Feinsten sag ich dir. Ja. Du hast getroffen. Wo sag ich der eine Typ mit dem Schwert und dem Schild, der andere? Ich hoffe, der kommt nicht einfach von hinten angerannt. Na, würde er bitte? Oh, netter Typ. Oh warte, er heilt sich. Ich glaube, er konnte stehen. Das ist ein fairer Spieler. Ja. Er heilt sich. Das war ein Fehler, mein Freund. Oh man. Oh man. Oh man. Okay. 16.000 oder 18.000. Oh. Ein Gegner noch. Wo ist der eine Typ? Pass auf. Feind. Oh, richtig? Wirklich? Wirklich? Wo denn? Ich sehe keinen mehr. Hey, das ist ein Typ mit einer Axt. Er blockt einfach. Warum nimmt er die überhaupt zweihändig? Du hast ein Schild auf dem Rücken. Man kann auch wechseln zwischen Schild und Zweihändig. Siehst du? Das ist illegal. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Oh, was ein Volltrottel. Hey, gerade am besten genommen. Was soll das? Was, was soll? Da fehlt jemand wohl noch 600 Seelen. Können wir kurz darüber reden, was das soll? Warum? Das sollte illegal sein. Der war einfacher als die anderen. Wo war der einfacher als die anderen? Die anderen beiden waren zu zweit. Wahr. Ja. Und ich weiß trotzdem nicht, wo der letzte ist. Gute Frage. Nächste Frage. Gute Frage. Okay. Hier sind gute Fragen. Nächste Fragen. Oh wow. Danke. Ist das ein Item oder ist das eine Blume? Ich weiß es nicht. Ein Item. Das ist eine Falle. 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 Ich dachte, du erreichst sie nicht. Ich hab tatsächlich echt gute Reichweite, wollte ich grad sagen. Aber. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Oh, es wird immer mehr. Nicht so gut. Nicht so gut. Du solltest nicht mal heilen, Alter. Ja, will ich doch. Na dann tu es doch. Weg. Oh Gott. Wie konnte ich grad drei trinken? Du hast zwei gedruckt. Du hast totes und zwei. Ja, aber wie konnte ich drei trinken? Du hattest zwei? Ich hätte schwören können, dass ich grad drei Lebensschüber hatte. Nein. Glaub ich nicht. Ich hab doch einmal kassiert. Ja, und du hast gleich das zweite getrunken. Ja, gleich das zweite. Wollte ich auch. Und danach hatte ich noch so ein fites Leben und dann war der auch noch voll. Weiß ich nicht. Wissen? Wenn du es nicht weißt. Dann? Sag mal, geben die gar keine Seelen, oder die sind's? Geben 100. Wie viele Bäume sind hier? Nein, es ist ein Wald, okay, aber komm schon. Ja, come on. Wir leben hier in 2020. Wir brauchen doch Bäume. Oh Gott. Wo geht der hin? Der geht mir hoffentlich mal ne Chance geben. Das sind echt viele Bäume. Oh mein Gott. Gott. Oh, östliche Rüstung. Ich glaub, die hab ich noch nie eingesammelt. Gott ist die schwer. Gott ist die schwer. Gott ist die schwer. Ja, die ist wirklich schwer. Leck. Lecker. Wo ist die östliche Dings? Warte. Der geht. Die ist nicht so schwer. Die hat auch nix, oder? Ne, 450. Warte, was ist die? Sechsverteidigung. Was ist die? Sechsverteidigung. Ach, du wusstest das? Naja, ja, uninteressant. Und dann geht's sogar tatsächlich. Die kann die Rüsten zu schwer sein. So, wie gehe ich jetzt am schlimmsten, damit ich entspannt zu André komme? Äh, du kannst dich zurückbauen. Hast du das schon wieder vergessen? Nein. Ach, komm schon. Man muss es ja nicht gleich übertreiben nach dem ersten Mal. So, jetzt alles ein Aufsteigen, ne? Ja, du kannst die Tür nicht aufmachen. Mir ist es egal. Ja, das ist mir egal. Das ist mir klar. Du interessierst dich einfach nicht für mein Leid. Nicht? Wolltest du grad? Was wollte ich grad? Zu André gehen. Und, was ist der Weg zu André? Ähm, jetzt hier rechts. Genau, rechts aufbiegen. Was? Und vergesst nicht, Kinder, immer schön blinken. Soll ich dir sagen, wenn du am falschen Weg bist? War das nicht hier? War das nicht hier? Das war nicht die Antwort. Das war nicht hier. Ey, 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 ey. Ich hab nur gesagt, ob ich es sagen soll. Ich hätt's auch gesagt, wenn du am richtigen Weg wärst. Das ist richtig, aber es ist der falsche Weg. Okay, nochmal. Soll ich dir jetzt eigentlich sagen, wenn du am falschen Weg bist? Ähm. 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 Ich hab falschen Weg. Ich hab falschen Weg. Find ich? Warte. Wo kam's? Moment, Moment, Moment. Moment. Trau deinem Orientierungsinstinkt. Hör nicht auf den bösen Typ mit deinem Ohr. Aber die Stimmen in meinem Kopf sprechen die Wahrheit. Oben lang. Hoffe ich zumindest die Wahrheit sprechen die Stimmen in meinem Kopf. Töte. Ey, ist wieder da. Oh, der ist tot. Funkeltitanit. Wie oft wirst du den noch töten? Funkeltitanit. Wir haben einen grauen Brocken. Funkeltitanit. Wir haben einen grauen Brocken. Funkeltitanit. Wir haben einen grauen Brocken. Funkeltitanit. Damit kannst du Pokémon weiterentwickeln. Nein. Ich weiß noch nicht welches. Konntest du nicht Picochille damit weiterentwickeln? Ein Funkeltitanit? Ja. War das nicht irgendwie eine Schönsterbe oder sowas? Nein, das war irgendwie so ein Glitzerstein oder sowas. Funkeltitan. Funkeltitan, gibt's das? Das kann sein, dass es das gibt. Hey, der Buddy ist hier. Merkst du was? Die machen weniger Schaden uns ja dann. Ja, die machen so wie weniger Schaden. Oh mein Gott. Soll ich dir sagen, wenn du auf dem falschen Weg bist? Kannst du mir gerne sagen. Nein, ich glaub ich mir richtig. Ich glaub ich mir richtig. Zu André? Ich bin nicht richtig zu André, aber ich geh nicht zur Bonfire. Ich hätt mal links abbiegen müssen, nicht rechts abbiegen. Alles egal. Hier war doch irgendwo das Bonfire. Hier war doch irgendwo... Du! Oh, du Bonidiot. Ich hab... Ich hab vergessen, dass ich das nicht machen kann, wenn... mir ein Feind am Hintern schnuppert. Also, den gleichen Weg noch mal! Hey! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Soll ich dir sagen, wenn du falsch abwickst? Ja. Sollst du. Gott, das Stream hakelt. Nein, nein. Aber extrem. Nein, nein. Doch klar. Zack, die Verbindung. Die ist gut. Die ist gut. Das, was ich hier sehe, ist nicht gut, Stream. Äh, Domi. Ja. Ich lebe jetzt noch ein Jahr nicht. Wieso nicht? Der Liegengeschmeidige 20.000 sehen. Was ist das? Oh Gott, mein Herz. Oh Gott, mein Herz. Was lachst du denn? Ein Herzinfarkt bekommen, anscheinend. Ich habe gemerkt. Und das waren die 20.000 Seelen. Da unten kann man lang gehen. Das ist interessant. Ja. Oh Gott. Gut. Was jetzt? Warte, wo fahre ich denn am besten sehen? Ähm. Patsächlich in den Gebieten, die du gerade warst. Also da mit den 2000 Seelenidioten. Mhm. Na gut, dann machen wir das wohl im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Bis. Bis.